Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Woody Wing Wave. Heute werden wieder die täglichen Sachen erledigt, und zwar tägliche Missionen, genauso wie das für unseren... wieso habe ich immer dieses Wort Wersern im Kopf, das liegt einfach auf den Genschen denke. Neben Missionen haben wir ja momentan keine mehr, die haben wir gestern die letzte, die vier Fronten sind, erledigt. So. Fangen wir mit der täglichen an. Da geht's... Ich bin jetzt an. Es geht an. Ich bin jetzt mit der Rode. Hast du schon mal wieder? Ich bin jetzt ein Dank. Ich bin jetzt nicht so schön, wie ich jetzt die in die Rode. Ich bin jetzt ein großes Ding. Okay. über den Hatschushofer-Lajner-Geshaft So, bevor wir was Neues machen, gehen wir den Affen verprügeln. Was ist der denn hier? Weil wir wollen einen Affen mit Angriff und Quitrate für unser guter Jian. Ich liebe es, gelbe Ashes zu sehen. So, da kommt mein Dicker. Das ist ein Wettbewerb. Und? Gelb, 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 Gelb. Nee. Schade. So. Das ist die Waffe für Yingling. Hm. Aber gut, wo... Wo sind die eigentlich abgelegt, weil... ...der Regeneration wird um 10% erhöht. Nach dem Einsatz des Autoskills wird Angriff der nächsten Personator um 22%, 22,5% für 50% erhöht. Hm. 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 Ich hab' mir schon überlegt, ob ich nicht so einer reinsetzen kann. Weil das für 10% des Angriffs wird erhöht. Hm. Ich müsste da etwas rum experimentieren. Ja, hier gibt's nichts. Hier auch nicht. Hier noch weniger. Und hier auch nicht. Ähm. Ah. Hier. Hier. Er hatte gesammelte Azure der Oberherrklasse oder Stoffe wie Datenbank hoch und eine Chance auf ist. Ich glaube, die Teile hier werde ich noch behalten, bis ich meine, ähm, meine Azure Stufe, Stufe 5 habe. Äh, Stufe 20. So. Ähm. So. So. Wir haben, ich glaube, für unseren Rover müssen wir noch ein paar Sachen machen. Der hat Stufe 60, hat eine Waffe auf Stufe 60 und wir müssen noch ein paar komische Tropfen, metallische Tropfen sammeln, genau. Ich wusste jetzt nicht, dass sie wirklich Tropfen heißen. Okay. So. Oh Das ist gut Mortify gefällt mir immer mehr, also mittlerweile macht er auch richtig gut Damage Oh Hm, macht wir es nochmal. Ich weiß nicht, ob ich jetzt genug habe mittlerweile... Ich weiß nicht... Mal schauen... Ähm, falscher Charakter... Ich sammle mal noch weiter... Das war's für mich. Das war's für mich. ich denke noch einmal und dann sind wir durch ich denke noch einmal zu sehen ich denke noch einmal zu sehen ich denke noch einmal zu sehen Okay. Gehen wir mal kochen. Okay, kann ich bei dem Zutaten kaufen? Stimmt, ich kann bei dem Zutaten kaufen. Dann kauf ich mal ein paar Zutaten. Ach so. Oh, jetzt habe ich mein ganzes Geld für Bohnen ausgegeben. Scheiße. Das ist ein bisschen schlimm. Ah, ich habe die Hauptzutaten gekauft. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Jo, Stufe 38. So, dann habe ich hier zu weit. Alles. Ich habe eine schneide Idee, jetzt erstmal meine Hauptcharakter mal fertig zu machen. Wobei, die Schildkarte ist eigentlich nicht schlecht. Ich kann sowieso nichts hochleveln. So, was hätten wir dann noch heute zu machen? Also, wir haben noch hier darunter noch jede Menge Sachen zu sammeln. Ich glaube, da fangen wir direkt mal hier an. Den habe ich schon mal raus. Die Schildkassette, die oben auf dem Gebäude ist. Hier ist es hier. Hier ist es hier. Hier habe ich bereits... Aber hier drin... Kann gut sein, dass ich verschiedene dieser Kisten bereits habe. ... Okay. Das war's für heute. Okay, das ist ein G-schluss. Das war's für mich. Okay. 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 Ich müsste dann noch einen Stein geben. Ja. Okay, verstehe. Okay. Die Kiste hätte ich dann. Okay. 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 Thank you. Okay. 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 So nah, you Ah, ich verstehe. Hier ist die Symbolik. Das bedeutet, ich müsste den hier machen. Und dann müsste ich I2. Der hier. Der hier. Und dann der hier. Easy. War ja nicht so kompliziert. Und dann müssen wir wieder auf den Berg. Okay. 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 Was ist denn der Wickel vom Baum? Was soll ich denn da? Okay, ich muss einmal hier hin. Was soll ich denn da? Und dann muss ich wieder dann hier zurück. Was soll ich denn da? Was soll ich denn da? Ah, das ist fast ganz hoch drin. Diesmal sind wir etwas klüger. Was soll ich denn da? Jetzt haben wir es. Jetzt müssen wir hier an der Seite. Was soll ich denn da? Was soll ich denn da? Ich bin ungefähr da. Das ist bei der Kochstelle. Ah, die habe ich dann schon. Ja, die habe ich dann schon. Okay, da muss ich einen Felsen zerstören. Da muss ich ein bisschen. Ich habe einen Chess gefunden. Der nächste Chess ist eine Challenge, die hier oben sein sollte. Ich habe einen Chess. Das war's für heute. Dann will Snowcatress hier geben. Okay, da gehen wir auch hin. Balsche shit, he kissed the good one. Oh, okay. Das war's für mich. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Geh! 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 Ja, war der zu dumm für dieses Rätsel. Geh! 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 Das war's für mich. Das war's für ein Wettbewerb. Das war's für heute. Okay, diese Kisten wird dann markiert, glaube ich. So, da ist noch eine Kiste. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Was ist das? 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 Das ist das? Das ist das? Was 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 ist das? Das sind momentan zunächst jetzt 800 Angriff. Das ist ein bisschen so wie unser Mortify, aber Mortify hat aber auch 150 Crit Schaden und eine Crit Rate von 35. Gian hat einfach mal ein Crit Schaden von 230. Ich muss seine Crit Rate hochkriegen, das ist ein Grundangriff, ist richtig heftig. Ich stelle mir die Frage, wenn ich Verena... Oh, der ist wirklich sehr gut. Jetzt helfe ich mal. Das Problem ist ja jetzt ein Vierer. Da geht es jetzt mal nicht schlimm, finde ich. Wenn ich einen auslasse, würde ich den hier reinklatschen und tausche dann nochmal. Okay, das ist für mich. Der Angriff fällt ziemlich stark. Okay. 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 Heute an einen Zander. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Interessant. Aber gut, für heute reicht es. Es ist schon halb zwölf. Ich bin schon spät. So, dann meine lieben Leute, wir werden uns dann morgen wieder hören. Ich wünsche euch einen schönen Abend und wir hören uns. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018